Prüfung Telk und Goethe Start Deutsch 1 Das komplette Vokabular mit Dialogen Lektion 8 46 Wörter Los geht's! Das Zimmer Die Zimmer Teuer Einfach Guten Tag Ich habe ein Zimmer reserviert Guten Tag Ich habe ein Zimmer reserviert Oh, das ist mir zu teuer Oh, das ist mir zu teuer Ich brauche nur ein einfaches Zimmer Ich brauche nur ein einfaches Zimmer Das Einzelzimmer Das Doppelzimmer Die Vollpension Die Halbpension Der Blick Ruhig Wollen Sie ein Doppel- oder Einzelzimmer? Wollen Sie ein Doppel- oder Einzelzimmer? Ein Einzelzimmer, bitte Ein Einzelzimmer, bitte Möchten Sie Vollpension oder Halbpension? Möchten Sie Vollpension oder Halbpension? Halbpension 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 Von diesem Zimmer hat man einen guten Blick auf die Stadt Von diesem Zimmer hat man einen guten Blick auf die Stadt Ist das ein ruhiges Zimmer? Ist das ein ruhiges Zimmer? Ja Langsam Wenig Der Ausländer Die Ausländer Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich habe leider nur wenig verstanden Sind Sie Ausländerin? Sind Sie Ausländerin? Ja Die Karte Kreditkarte Die Karten Kreditkarten Ausländisch Der Ausweis Kann ich auch mit Karte zahlen? Leider habe ich nur ausländisches Geld Leider habe ich nur ausländisches Geld Hier ist mein Ausweis Hier ist mein Ausweis Der Schlüssel Die Schlüssel Die Nummer Die Nummern Das Telefon Telefonieren Telefonieren Die Vorwahl Die Vorwahl Abgeben Fragen Sie bitte an der Rezeption Fragen Sie bitte an der Rezeption Haben Sie ein Telefon? Haben Sie ein Telefon? Darf ich mal telefonieren? Darf ich mal telefonieren? Darf ich mal telefonieren? Wie ist die Vorwahl von München? Wie ist die Vorwahl von München? Ich muss meine Schlüssel abgeben Ich muss meine Schlüssel abgeben Wie Allein Auch Wie heißt du? Wie heißt du? Maria Und du? Maria Und du? Sven Bist du allein hier? Sven Bist du allein hier? Ja Ich auch Ich auch Was machst du heute Abend? Was machst du heute Abend? Sollen wir zusammen essen gehen? Warum nicht? Am besten treffen wir uns am Eingang Am besten treffen wir uns am Eingang Ich komme um 19 Uhr Ich komme um 19 Uhr Gut Gut Warten Wie Das Haar Die Haare Warum Warum Noch Auf wen warten sie? Auf wen warten sie? Auf eine Frau Auf eine Frau Wie sieht sie aus? Wie sieht sie aus? Sie hat lange schwarze Haare Sie hat lange schwarze Haare Warum kommt sie nicht? Warum kommt sie nicht? Vielleicht kommt sie noch Vielleicht kommt sie noch Ich warte noch fünf Minuten Ich warte noch fünf Minuten Alles Das Glück Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Alles Gute Viel Glück Alles Gute Viel Glück Der Ort Die Orte Das Dorf Die Dörfer Bei Neben Meine Familie lebt in diesem Ort Meine Familie lebt in diesem Ort Das Dorf ist klein Warum wohnt sie hier? Das Dorf ist klein Warum wohnt sie hier? Weil es nah bei Berlin liegt Weil es nah bei Berlin liegt Das Haus Die Häuser Dort An sein In welchem Haus wohnt sie? In welchem Haus wohnt sie? Dort ist unser Haus Dort ist unser Haus Schau mal Das Licht ist an Schau mal Das Licht ist an Es ist schon jemand zu Hause Komm Es ist schon jemand zu Hause Komm Weiter geht's im nächsten Video